Dieser Z-Garderobenschrank ist ideal für die Aufbewahrung von Kleidungsstücken und anderen Gegenständen geeignet. Dank der besonderen Aufteilung bietet der Schrank viel Ablagefläche bei besonders geringem Platzbedarf. Durch die Z-förmige Trennwand zwischen den Abteilen entsteht im rechten Schließfach oben und unten je eine kleine Ablage und im linken Fach unten eine große Ablage, zum Beispiel für Schuhe. In allen sechs Abteilen befindet sich eine Kleiderstange mit drei Haken zum Aufhängen ihrer Kleidung. Lüftungsschlitze in den Türen sorgen für ausreichende Be- und Entlüftung des Inhalts. Integrierte Zylinderschlösser mit jeweils zwei Schlüsseln verschließen den Inhalt diebstahlsicher und verhindern einen unbefugten Zugriff. Der Garderobenschrank verfügt über eine solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung. Ein Sockel sorgt für Stabilität und Standsicherheit. Dadurch ist der ideal für den rauen Alltag in der Werkstatt oder für Sozialräume geeignet. Wahlweise ist der Schrank auch mit untergebauter Sitzbank erhältlich. Das Made in Germany Produkt wird Ihnen mit drei Jahren Garantie geliefert.